Hi, ich bin Rina und ich bin gerade am Set vom Club der Roten Bänder. Schon krass, vieles was in der Serie gespielt wird, ist mir wirklich passiert. Ich war ein Blutkrebs erkrankt. Ich hatte Glück, für mich wurde ein Spender gefunden. Die Nachricht, dass mein genetischer Zilling gefunden wurde. Für einen Moment stand die Welt still. Auch du kannst Leben retten. Ist ganz einfach. Registrier dich als Stammzellspender bei der DKMS. Mehr Infos dazu auf vox.de slash DKMS. Einfach Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.